Der Abend senkt sich auf die Dächer vom Graz. Die Kinder gehen nach Haus, die Krämersfrau kehrt des Trottoir vorm Laden und ihr Mann tragt die Obstkisten rein. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde, doch viele gehen noch nicht nach Haus. Denn drüben klingt aus einer offenen Türe Musik auf dem Gehsteig hinaus. Die kleine Kneipe in der Babenberger Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe, in der Babenberger Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Postkarten hängen an der Wand in der Ecke, kein Foto von einem Fußballverein. Und es gibt auch kein Stimmgewirr aus der Zuckbox. Denn bei der Anni-Wirtin, da wird nur live gespielt. Die kleine Kneipe in der Babenberger Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe, in der Babenberger Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Und wenn's dann Hunger hast, bestellst dir Würstchen mit Kraut, weil andere Speisen gibt's nicht. Und die Rechnung, die steht dann auf dem Bierdeckel drauf. Denn bei der Anni-Wirtin hat jeder Kredit. Die kleine Kneipe, in der Babenberger Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe, in der Babenberger Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Da fragt dich keiner, was du hast oder bist.